Grüßeng! Eins meiner letzten Videos hat dir vor kurzem wieder einmal für Aufregung gesorgt. Na fahren wir heim! Eine der schönsten Sachen für einen Bauer ist die Geburt eines jungen Rindes im Sommer auf der Olm. Das Kälbchen kommt zur Welt, ist bei seiner Mutti kein Zutzeln und Tuteln, hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als herumzuspringen, Purzelbaum zu schlagen, zu wachsen und zu gedeihen. Das Rind hat weniger Stress als der aktuelle Gesundheitsminister, dessen Namen mir nicht und nicht mehr einfallen will. Apropos, könnt ihr euch noch auf den Rudi Anschober erinnern? Nicht? Ich auch nicht. Jedenfalls war die Geburt eines Kalbes auf der Olm jedes Jahr eine Riesenfreude. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Wolf beschlossen hat, auf unseren Olmen herumzuspazieren und sich gedacht hat, Rehe schaffeln, das schmeckt mir alles nicht mehr gut. Und jausnen wir doch einmal ein paar Käubeln zusammen. In dem Video ist es darum gegangen, dass ich die Agnes, der Rabella und die Brunhilde, die da hinten oben da, die habe ich zur Sicherheit heimgebracht, um sie vor Wolfsangriffen zu schützen. Jetzt ist es nicht so, dass es bei mir im Tal nicht unmöglich wäre, einen schönen Sommer zu verbringen. Es ist nicht auch kein Fort Knox, es ist auch das Paradies auf Erden. Aber es geht ums Prinzip. Okay, jetzt will ich doch noch einmal näher auf das Thema eingehen. Wir Bauern arbeiten hunderte, wenn nicht sogar tausende Stunden im Jahr, um perfekte Bedingungen für unsere Tiere auf den Olmen zu schaffen. Und wir arbeiten auch hart, damit die Olmen in Österreich schön kultiviert und erhalten bleiben. Aber weil der depperte Wolf hungrig durch unsere Olmen streift und unser Vieh reißt, können wir das bald nach maturen. Ob das jetzt gewisse Spezialisten interessiert oder nicht. Die Olmen müssen von uns bewirtschaftet und gepflegt werden. Da geht es um das Landschaftsbild, um die Förderung der Artenvielfalt, um die Sicherung von Naturgefahren und um die Produktion von gesunden Lebensmitteln. Unsere Lebensrealität und unsere Umwelt wird eine andere sein. Und das werden wir dem Wolf zu verdanken haben. Und den einen oder anderen Lobbyisten, dem es ein dringendes Anliegen ist, Bauern anzuzeigen, weil sie ihre Tiere auf die Olmen treiben, wodurch der Wolf dort oben jetzt sein neues Zuhause gefunden hat. Das ist fast so, als würde der Präsident eines Landes seine Armee in ein anderes Land schicken und sagen, Hallo, wir sind jetzt da, das ist unser Land und du musst jetzt gehen. Das wird ja niemals passieren. Aber warte mal. Nein. Wie auch immer. Worauf ich ursprünglich aussehen wollte. Auf Facebook hat ja bei dem einen Video eine rege Diskussion stattgefunden. Alter Vater, da waren über 1000 Kommentare. Das hat dafür gesorgt, dass das Video ein paar hunderttausend Mal angeschaut worden ist. Ich lese mir die ganzen Kommentare ja ganz gern durch und beteilige mich hin und da mal an die Diskussionen. Außer wenn jemand mit seinen Argumenten so weit daneben liegt, wie der damalige Finanzminister bei seinen Corona-Förderungen. Unter uns bei manchen Kommentaren denken wir manchmal, bis du deppert, da fährt nicht nur der Lift nicht mehr ganz rauf, da ist das ganze Stirnhaus hin. In Österreich gibt es circa 8000 Almen und 20 Prozent der österreichischen Katasterfläche sind Almen. Hey, 20 Prozent der Fläche, das ist ungefähr so, wie man sagen tut, das Burgenland, das zahlen mal zahlen und lassen nur den Wolf ein. Nein, ich glaub, da hätten sie keine Freude. Gut, der Andi Pabla vielleicht. Es gibt den alten Spruch, kommt der Wolf, geht der Bauer, stirbt die Almen, dann ist halt auch mein Wandertourismus vorbei. Muss halt die Gesellschaft entscheiden, ob sie das will. Den Text hab ich vor einer Woche schon bei meinem Newsletter rausgedroschen. Falls ihr immer aktuell von mir informiert werden möchtet, zwar meine neuesten Termine, was es bei mir ganz Neues gibt, abonniert doch einmal mein Newsletter, dann seid ihr immer top informiert. Pfiat denk. Geh, Bautzi?